Musik 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 Hier ist unser Kanal Du bohrst 1 Da wir bisher schon über 500.000 Aufrufe hatten möchten wir euch heute noch einmal ein paar kurze Ausschnitte aus unseren bisher ca. 315 eingestellten Videos zeigen. Dazu wünschen wir euch gute Unterhaltung. Musik 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 Er kontrolliert jetzt Musik Jetzt brennt er, jetzt brennt er und er läuft, das Auto soll explodieren. Drei, zwei, eins! Scheiß drauf! So, und jetzt alle ganz kurz, alle Hersteller bitte für die Zeit holen. Das ist für die Zeit. Bruder, du kletterst über deine Frau drüber, dann kannst du da vorne aussteigen. Gratulation nochmal an den dritten Platz, habt ihr richtig gut gemacht? Warte mal, warte mal! Warte mal, warte mal! Warte mal! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Kürgen, wo warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Ja, da kann man gar nichts festhalten, nicht, während der Fahrt, ne? Nur ganz kurz, wir dürfen sofort die Information einnehmen. Einfach drüber zu gehen und der Kontakt schließt. Hand pusten und erstaunt gucken. Was machst du? Bagger, los, Bagger! Werbung für Usedomer Brauhaus hier. Ja, also Prost! Prost! Ein Fest, an das wir lange, lange dann später zurückdenken werden und sagen, Mensch, Kassel, das war klasse! Prost! 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 Man trinkt so, mit der Marke nach vorne. Marc-Marie, so einen blotten Namen hört ich nie. So machen? Pass auf, du darfst nicht so machen. Sondern, du musst so machen. Ganz langsam, in Zeitliebe. So, du musst so machen. Und wenn die denken, die haben es rausgefunden, dann kommt das Highlight. Dann machst du es einfach so und nimmst deinen Daumen und wirfst in die Zuschauermenge. Das waren ein paar kurze Ausschnitte von nur einigen Videos, die wir dieses Jahr 2013 bei YouTube eingestellt haben. Viele weitere Videos von 2010, 11 und 12 findet ihr auch auf unserem Kanal. Die Werbung in unseren Videos solltet ihr euch auch mal ansehen. Es sind auch interessante Sachen dabei. Hiermit wollen wir uns nochmals recht herzlich für eure Aufrufe bedanken. Wir freuen uns über jeden Daumen hoch und über die vielen schönen Kommentare zu unseren Videos. Vielen Dank für eure Aufrufe. Wir werden auch demnächst weiterhin Videos einstellen. Deshalb nicht vergessen, öfter mal auf dem Kanal DuBorst1 nachsehen. Danke. Brigitte und Horst sagen noch einmal Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.